Also ich hab, ich kann euch ja sagen, wie viel ich gezahlt hab fürs Auto. Ich hab 500 Euro gezahlt für das Auto, Digger. Und ich war wirklich, ich war wirklich, Chat, ich war wirklich schockiert, dass es Autos gibt, die so günstig sind und fahren. Bruder. Du Digger, du kriegst für 500 Euro ein Auto. 500 und es fährt, das fährt gut. Bremsen neu, TÜV neu, Scheibenwischer hinten neu. Danke. Link zum neuen Auto ist in der Beschreibung. Übrigens haben noch fast 89% nicht abonniert. Bepeset.